Ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe Bekannte, ich grüße euch alle ganz herzlich, ich heiße Daniel, heute möchte ich hier wieder Euro Truck Simulator 2 spielen, viel Spaß bei zuschauen und ich suche mir hier, also eine Strecke habe ich schon, ich glaube, heute geht hier von Rotterdam nach Nürnberg, lass uns loslegen, Okay, schön an, legen, ab. Okay. Okay. Let's go. Okay. 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 Okay, cool. Okay. Zeit zu gehen. So, lass. Avanti. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. 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 Das war's für heute. Weiter geht's, hat schon viele Fahrzeuge jetzt unterwegs, auf der linke, auf der rechten Spur. Bleib da jetzt. 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 Amsterdam, Kroeningen, Holland Immer geradeaus Ja, mein Schatz, immer geradeaus Diese Stimme mache ich gerne Navigationsfrauenstimme Nora Machen wir gleich den Fall Du bist der 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 Fall Hey, gib Gas! Äh, ich überpole jetzt alle hier auf den... Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab schon was, ich hab schon was, ich hab's gekauft. Das kommt nun in der Anzunschung von 8.08. Na, miram, я dur. Bäh, lass, 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 lass... lass, 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 lass. Bäh, cum poti sa trec acum? Numa acum sa trec. Salvez odata si... Salvez odata, inchis si prunesc, chiar, n-am ce face. Es ist ein bisschen so schwierig, wenn sowas passiert ist. Kannst du gar nicht mehr fahren? Tut 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 Lass uns loslegen! Ich versteh' ihn! Lass uns jetzt los! Neu berechnen Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Lass uns jetzt loslegen! Oh. Wiege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Wiege nach links ab. West Point. West Point. West Point. West Point. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, der hat jetzt verloren. Hat sich versteckt, diese Polizei. Ah, da ist die Polizei. E.K. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. E.K. 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 Aufsteiger. E.K. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Biege nach rechts ab. Rechts. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. What are you talking about? How many meters? Untertitelung des ZDF, 2020 Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Nimm die Ausfahrt rechts. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Oh, man. Oh, man. Immer geradeaus. Oh, man. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Immer geradeaus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Demnächst links abbiegen Untertitelung des ZDF, 2020 Biege nach links ab Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Oha! Biege nach links ab. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Sie sind am Ziel angekommen. 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 Hallo. Was machst du denn da? Wer ist immer müde? Ich fahre jetzt im Urlaub und ich bin nicht müde. Bleib da. Oh Mann, es geht schon wieder dunkel. Bleib geschafft. Dann kannst du schlafen. Oh. 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 Ab jetzt kannst du deine eigene Auflieger kaufen, aufrüsten und lackieren, um sie zu deinen LKW passend zu gestalten. Eigene Auflieger kannst du jeweils in der Garage deiner Wahl abstellen lassen und sie deinen Fahrern zur Verfügung stellen, um deine Gewinne zu steigen. Die Verwaltung deiner Auflieger erfolgt über den Aufliegermanager. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So 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 Moment, ähm, Cut, weil das dauert jetzt etwas, und ich hab, ähm, und wie ihr seht, oben rechts, das war hier, da war 95 EP, oben. Somit sehen wir jetzt... ... 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